Ein dramatischer Riss in der Brandmauer. Das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, möchte tatsächlich AfD-Anträge nicht mehr pauschal ablehnen. Ihr habt richtig gehört. Diese Situation ist ja allseits bekannt, dass die Bundestagsparteien oder auch verschiedene andere Parteien in Landtagen generell, wenn von der AfD ein Antrag gestellt wird, sei der inhaltlich noch so perfekt diesen pauschal einfach ablehnen, weil er eben von dieser Partei kommt. Man kümmert sich nicht um den Inhalt, die inhaltliche Stellung bleibt komplett auf der Strecke, außen vor, sondern wenn jemand Partei X diesen Antrag einstellt, ist der pauschal abzunehmen. Das muss man sich mal vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Denn wie viele Leute haben denn die AfD gewählt, haben denn die anderen Parteien auch gewählt, die jetzt so einen Antrag ablehnt und das einfach nur aus Kalkül macht, weil der von einer anderen Partei kommt. Ich glaube, viele Leute sind damit unzufrieden. Deswegen ist es auch ein Grund, warum die Alternative für Deutschland aktuell solche Hochs hat. Aktuell wie bei über 20 Prozent. Und warum dieses Vorgehen der BSW jetzt eine in Anführungsstrichen Gefahr darstellt und das meiner Meinung nach auch nur pures Kalkül jetzt vor den anstehenden Wahlen im Juni für die Europawahl sind und auch vor den drei Landtagswahlen. Das besprechen wir heute im Video. Moin zusammen, ich bin neu. Ich bin neu. Nö, ich bin schon mal der Helder. Wenn du neu bist, jetzt gerne ein Abo da lassen und lasse ich drin mal gewehrwacht hier an der Stelle. Also Leute, man muss sich das mal vorstellen. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen erörtert. Zahlreiche Parteien lehnen pauschal einfach oder alle Parteien lehnen pauschal einfach die Anträge ab. Selbst wenn es inhaltlich genau dem übereinstimmt, was die Parteien selber vertreten. Und oftmals, wie auch in der Presse hier dann berichtet wurde, sind sie ja dann selber in Erklärungsnot geraten und konnten dann nur sagen, ja, wir haben das nicht gemacht wegen der Alternative für Deutschland, weil das von denen kam. Eine gute Presse wäre dann auch hingegangen und hätte mal kritisch hinterfragt. Ja, aber Moment, sie sind doch gewählt von den Bürgern, um das Beste für die Bürger zu machen. Und der Antrag war doch super. Und sie selber haben keinen Antrag eingebracht. Warum stimmen sie also nicht doch dafür? Können sie da nicht über den Schatten springen? Das wäre mal anständig, wenn sowas hinterfragt wird. Wurde ja nicht gemacht in den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz, jetzt kommt die BSW und hier speziell der BSW-Bundestagsabgeordnete, denn BSW ist ja als Gruppe, genauso wie die Linke, weil ja einige von der Linken weggegangen sind zur BSW, im Bundestag schon vertreten. Und dementsprechend heißt es in diesem Apollonius-Artikel, AfD-Anträge im Bundestag werden aus Prinzip immer von allen Fraktionen abgelehnt. Dabei spielt der Inhalt keine Rolle. Das kannst du ja nicht mehr ausdenken. Aber jetzt geht es hier um den Bundestagsabgeordneten Andrei Hunko von der BSW-Gruppe. Und der hatte sich nämlich bereits Mitte März bei einer Diskussionsveranstaltung zu diesem Dilemma geäußert und den zukünftigen Umgang von der BSW-Partei mit Anträgen der AfD, denen sie inhaltlich zustimmen, erklärt, dass sie das nämlich tun werden. Als Beispiel nannte Hunko den AfD-Antrag, Parlamentsvorbehalt bei Waffenexporten in Krisengebiete, dem das BSW inhaltlich zustimme. Und schade, dass das erst jetzt kommt. Das hätte man ja schon deutlich früher machen können. Es ist schon ganz interessant, was hier mittlerweile passiert. Und so funktioniert keine Demokratie. Natürlich kann man argumentieren, ja, aber Olli, das ist doch demokratisch, wenn die dagegen stimmen, wenn denen das nicht passt. Ja, das ist korrekt. Das ist richtig. Absolut. Nur, dass es wegen nicht dem Inhalt, sondern einer gewissen Partei kommt. Das ist absolut lächerlich. Das finde ich persönlich wirklich ganz, ganz schlimm und hat wirklich nichts mehr mit dem Auftrag, den diese gewählten Volksvertreter bekommen haben, zu tun. Und interessant ist ja auch, dass Frau Wagendicht bereits im September 23, hier ist ein Artikel vom RND, den ich dazu rausgesucht habe. Wagendicht, Mehrheiten mit AfD sind unproblematisch, wurde ja schon gesagt. Und wir wissen ja mittlerweile, dass sie da auch gesagt hat, in der Demokratie stellt man Anträge und wer zustimmt, stimmt zu, sagte sie in jener. Und das ist absolut berechtigt, wie ich persönlich finde. Und nur richtig, denn ganz wichtig, es kommt ja nicht darauf an, wer etwas gesagt hat, sondern was gesagt wurde. Das ist der wichtige Punkt an dieser Stelle. Und den möchte Frau Wagendicht, zumindest im September 23, hat sie es gesagt, auch in Erwägung ziehen. Und beispielsweise auch, weil es gesagt wurde, in der Taz ist schon ein bisschen älter, dieser Artikel, dieses Interview von damals aus 2016. Zitat, die Dämonisierung nützt der AfD, wurde es damals betitelt. Und das ist ebenfalls natürlich bei ihr auf dem Schirm. Man muss ja bedenken, die Dame ist ja mit Oskar Lefontaine ein purer Strateger, ein wirklich sehr exzellenter Politiker im Bereich von Strategie, meiner Meinung nach, wie man denn vorgehen könnte. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, dass ich das persönlich als Gefahr sehe, dass die BSW nämlich jetzt anfangen wird offensichtlich und in verschiedenen Abstimmungen mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Das machen die aus purem Kalkül, meiner Meinung nach. Denn folgendermaßen, wenn wir uns die aktuellen Umfragen für die Landtagswahlen angucken. Erstens, Sachsen-Anhalt. Das ist das erste, wo dieses Jahr, sorry, Sachsen-Anhalt findet in zwei Jahren statt, aber in Sachsen findet ja dieses Jahr bereits schon statt. Und wir gucken uns erst mal Sachsen-Anhalt an, weil Sachsen-Anhalt ist wirklich krass. In Sachsen-Anhalt 23 Prozent fürs BSW. 23 Prozent. Absoluter Wahnsinn. Jetzt gucken wir als nächstes nach Sachsen. Und in Sachsen wiederum sind dieses Jahr die Landtagswahlen 12,2 Prozent. 12,2 Prozent, die hier jetzt schon auf der Uhr stehen für die Partei. Auf dem zweiten, sorry, auf dem ersten Platz 32,6 Prozent AfD. CDU 30,7 Prozent. Das heißt, wenn man sich die Koalitionsmöglichkeiten anguckt, könnte es bald so sein, wenn sich CDU und BSW weiter noch ein bisschen ausbauen, minimal nur noch, dass die beiden Parteien eine Koalition sind. Aktuell mit Grünen möglich oder auch mit der SPD möglich. Und wie gesagt, ich sehe definitiv die Gefahr, dass es genau darauf hinausläuft, dass man so tut, als ob AfD ist gut, AfD ist schön und alles. Das wird man jetzt die ganze Zeit weiterhin hier rumposaunen und mit abstimmen und alles. Sodass viele Leute, die nicht hundertprozentig hinter der AfD stehen, sagen werden, das ist doch klasse, das ist doch gut. BSW macht da gut mit. Ja, da kann ich denen auch meine Stimme geben. Die lehnen die AfD ja nicht pauschal ab. Das wird dann funktionieren. Und dann wird es aber eine Koalition geben, beispielsweise jetzt, wie gerade eben gehört, in Sachsen. Die wird dann eben anders ablaufen. Beziehungsweise, dann wird man mit einer AfD definitiv nicht zusammenarbeiten, sondern da wird die Brandenburg links von der CDU gesprengt. Genauso wie in Thüringen. Ebenfalls wahlen dieses Jahr. Sodass die CDU hat sich ja auch schon öfter jetzt so über die letzten Wochen und Monate, das Ganze ist ja so ein Prozess scheibchenweise, wie das abläuft, geäußert. Ja, ja, mit der Linken, die sind ja nicht mehr wie früher und so. Da kann man ja zusammenarbeiten und BSW ist sowieso was anderes etc. pp. Und dementsprechend wird es in Thüringen voraussichtlich, das glaube ich wirklich mittlerweile, auf CDU, Linke und BSW gemeinsam hinauslaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und je nachdem, wie ihr Thüringer dort abstimmen werdet, könnte es sein, dass Romulo im Amt bleibt. Warten wir mal ab. Prediction. Denkt an meine Vorhersage. Dann, last but not least, haben wir natürlich auch noch die Wahlen in Brandenburg. Und in Brandenburg stehen sie bei 8,9 Prozent. Da haben sie jetzt nicht ganz so stark. Aber auch da sehen wir, dass die AfD mit 29,8 Prozent ganz weit weg ist von einer absoluten Mehrheit, die sie definitiv benötigt. Wenn die AfD keine absolute Mehrheit bekommt, keiner wird mit ihr kollegen. Das wird nicht passieren. Nur bei der absoluten Mehrheit. Und es wird auch dieses in Ruf und Fußstrichen ungeschriebene Gesetz, dass diejenige Partei, die die meisten Stimmen bekommen hat, den Ministerpräsidenten stellt, egal welches Bundesland, dass sie einlädt zu Verhandlungsgesprächen für die Koalitionsbildung. Das wird nicht passieren. Dann wird es heißen, die AfD hat uns zwei eingeladen. Haben wir nicht wahrgenommen. Dann wird die zweitgrößte und stärkste Partei das machen. Und in Thüringen ist das dann beispielsweise CDU aus aktuellen Umfragen. Genauso wie auch in Sachsen. Und das ist dann wieder absolut undemokratisch. Aber schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten rein. Würde dieses BSW von Sarah Wagendecht wählen? Ja oder nein? Für mich ist das keine Option. Abonnieren nicht vergessen. Danke, bis zum nächsten und ciao.